Ja, also das Eis sieht schon mal lecker aus. Das ist schon mal echt gut. Guck mal. Kiwi-Becher. Pizza, Burger, Schnitzel. Eis, Erdbeereis. Genuss mit Erdbeeren. Unser Gästezimmer. Wie ist hier das? Erdbeer, Orangen, Soft, Bananen-Becher. Ja, Olla, die Waldvieh. Wo ist denn das Eis? Ich sehe kein Eis. Was ist da drunter? Das ist ja gar nichts. Das muss so aussehen. Da ist was für dich. Ich will aber keinen Eis. Noch nicht, ne? Kaffee. Richtig. 2 über 10. Ja, nehmen wir erstmal einen Kaffee und dann kann ich immer noch ein Eis nehmen gleich. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Den hätte ich gerne. Einen Kiwi-Becher. Boah, geile. Den will ich haben. Den. Da. Den will ich haben. Den nehmen wir auch. Wanderung zur Burgruine. Ja. Ja. Natur, soweit das Auge reicht. Da ist ein Bach. Wieder am Raten. Also. Hier geht's weiter. Ja, bitte. Ja, bitte. Da ist меч. Da. Oh, hier. Geil, yippie, flying power, gibt Kraft für die Steigerung. Wir sehen uns, wie wir hier sehen, wie wir hier sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So sehe ich aus bei einer 20-30%igen Steigung. Hier sind wir an der Burgruine angekommen. Ja, also das war jetzt mal echt eine Steigung. Ja, weiter geht's. Bis gleich. So, 200 Meter, dann bin ich genau da angekommen. Ja. Also wir hatten ja nicht mal einen Wanderweg hier. Ja. Das ist aber ganz schön, du. Ja. Dann geht's mal weiter. So, dann nehmen wir noch den Weg jetzt hier weiter nach oben. Weiter geht's. So. Mann, ist das anstrengend. Und das sind fast immer 5, 26 Grad. Ja. Aber die Belohnung ist vor mir. Ja. 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 Da. Ich hab's gleich geschafft. Ja. 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 Das nenne ich ja mal Lost Places. Also das ist ja mal Lost Places, die Burgruine ohne Kochen. Die Burgruine ohne Kochen. Ich bin halt wieder neu. Ich bin nicht so weit lang gegangen. Aber gut, ich bin wieder zurück. Ich bin nicht so weit lang. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da war aber ein Kamin Oh, das Ende Das ist nicht so laut da unter der Straße Das ist nicht so laut da untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht so laut da untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht so laut da untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind nicht hier hochgelaufen Natürlich, so steil war das doch nicht Moment, uns momentus, was ist das? Das sind nur Striche Ja, das ist der Moselsteppweg, okay, der Kackenzeichen Moselsteppweg So, wie viel Prozent Steigung haben wir hier? Ne, 16 bis 20 Prozent, denke ich mir mal. Ah, irgendetwas tut hier weh an meinem Fuß. Der Ast, der lag aber auch noch nicht hier. Ich sag ihr, wir sind falsch gelaufen. Was? Wir sind hier gelaufen. Ich verarsch die noch ein bisschen. Never, wir sind hier nicht gelaufen. Natürlich, weißt du wie abartig hoch das war? Wir sind von da oben gekommen. Also, wie viel Kilometer haben wir jetzt noch vor uns? Ich folge dir jetzt. Ich folge dir jetzt. Auf dem Schild stand 800 Meter. 8 Kilometer. Ja, doch. Ja, klar. Jetzt laufen wir 8 Kilometer. Jetzt laufen wir echt. Ja, die Rehe alle. Sie sind gerade noch abgehoben vor dir. Husch, war der Rehe, geht's weg. Ja. So. Guck hier an das nächste Seite. Wir sind auf dem Witz liegen. Und da ist das Gebäude. Das Lost Places. Und das Lost Place, das gucken wir uns mal an. Ob das überhaupt das Lost Places ist. Das haben sie mit Filzstift drüber gemalt. Oder mit Edding oder Farbe oder so. Ja, damit das hält. Ja. Ja. Da gucken. Da, 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 da. Ja, wir sind aber von oben gekommen. Du verarschst mich. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Doch. Ich verarsch dich nicht. Doch. Lass uns über die Kamera laufen. Du wirst euch warten. Nein. Ja, du. Nein, 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 nein. Warte doch mal. Wo ist denn das? Da runter. Ja. Ja. Soll ich jetzt warten. Ja, du hast recht. Okay. Hast du wieder sehr gut gemacht. Hast du gehört? Hm? Das ist sehr gut. Du dwith du dwithdu d With you dwith du dwith, Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Guck mal, wenn ich halt sehe. Sehr cool. Aber mit Getränkedansen ist es nicht einfach, oder? Dann gib mir. Ich gehe da nicht hoch. kann man bestimmt von oben besser erkennen auf welcher? da oben, wo das Gitter ist, da standen wir das wackelt ganz schön mein lieber Scholli wackelt das also das wackelt ganz schön, da geh ich doch wieder runter trepp rauf, trepp runter, ich mach gar nichts denn das wackelt naja, ich geh dann mal wieder runter ja, also je weiter da oben bist desto mehr hast du, ist halt am schwanken, also ich weiß nicht wie, da war bestimmt schon ewig kalten, keiner mehr drauf dankeschön, weiter geht's bist du noch da? ja, gut ja, gut ja, gut ja, gut ja, gut da unten ist das schönes Haus also, ob die Treppe gleich aufkommt, ob der richtige Weg ist also rauf kam mir das nicht so steil vor ja, gut 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 du kannst, was du bist Das war's für heute. Achtung, Rutschgefahr. Ja, hier, Rutschgefahr. Ich bin hier nicht ohne, da ist schon jemand gestürzt hier. Die Treppen gingen ja noch, ne? Ja, da frage ich mich auch, wie wir das geschafft haben. Ja, da frage ich mich auch, wie wir das geschafft haben. Ja, da frage ich mich auch, wie wir das geschafft haben. Ja, da frage ich mich auch, wie wir das geschafft haben. Ja, da frage ich mich auch. Ja, da frage ich mich auch, wie wir das geschafft haben.